Ich wusste, wollte ich, der bedeutendste Dichter dieses Jahrhunderts werden, müsste ich alle Erfahrungen in meinem Körper spüren. Ich hatte beschlossen, ein Genie zu sein. Ich wollte die Zukunft gestalten. Die Gedichte, die Sie mir geschickt haben, waren bemerkenswert. Ich verstehe nicht viel von diesen Dingen. Ich mag deine Gedichte lieber. Was hältst du von meiner Frau? Dann kann sie dich verstehen. Nein. Dann kann sie dir nichts weitergeben als Sex. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Liebe muss neu erfunden werden. Wir sollten eine Abmachung treffen. Du hilfst mir und ich helfe dir. Und wenn wir genügend gelernt haben voneinander, trennen wir uns wieder und jeder arbeitet für sich. Niemals zuvor gab es einen Mann mit einem derartigen Anspruch. Warum tun sie uns das an? Wusste er möglicherweise von den Geheimnissen, welche das Leben verändern. Liebst du mich? Ja. Nur keine Sorge. Sie kriegen ihn bald wieder zurück. Und nur ganz leicht beschädigt. Leonardo DiCaprio. Sie ist deine Frau. Und du liebst sie doch. Also geh wieder zu ihr. David Thules. Lass uns gehen, bevor es zu spät ist. Roman Boranger. Komm zurück! Verlass mich nicht! Ich trete dich! Total Eclipse. Die Affäre von Rimbaud und Verlaine. Ich wollte die Sonne sehen. Verstehst du mich? Ich will die Sonne! Ich feiere euch an. Ich bin aber auch ein Schimern. lov piensen. Ich bin ein Noel.